Jooo Jigermann, jetzt wir kommen im Stück bei Farik Reihe 6. Äh, acht Felder müssen wir abknallen. Sind die über die Map verteilt? Ne, das war aber dumm. Warte, wird hier bestimmt auf der Mapgröße mehr, aber nur acht Felder. I hope so. Okay, machen wir mal. Da. Quapo, das wird hässlich. Ich würde nicht, wen ich mich mal herstellen. Keine Tufe. Scheiße, Fili. Ich würde es gerne ausmachen. Kann man das netter? Nee. Na, Palmnino. Hier oben ist alles gut. Serrano, bereit. Ortega, legen wir los, verdammt. Wir locken Roses Leute raus und der Luftstützpunkt ist ungeschützt. Dann schlagen wir mit allem zu, was wir haben. Machen wir sie fertig. Raketen, Bombenvisier, okay. Einen gelben Clan treffen. Ah, da bin ich ja mal gespannt. Esso, Esso. Du bist eins mit Napalm Nino. Napalm Nino, oh Gott. Dieser Rhythmus, fühlst du ihn? Scheiße, Fili. Welcher Rhythmus? Ich bin mal gespannt, ob das klappt. Heilige Scheiße, es funktioniert. Fili, du bist ein verdammtes Genie. Oh, wie geil, Fili. Hallo. Oh, es ist ja auch schön Wände. Finde ich cool. Darf es eh nicht. Okay. Und der ist noch. Jetzt haben wir's. Okay, ma'am. habit moving... Nice. Dritt aber gut. Hi. Ich will das aber noch. So, man braucht es ja kurz, wenn man das Aufkleider hat. Uh, hoch, 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 hoch. Okay, Tachersen, wo war es jetzt? Ups. Oh ja, so viel zu wie wir uns. Jetzt bist du dran, Jose. Ich muss zu dem Flugplatz. Okay. Okay. Wie sieht's bei dir aus? Ich sehe niemanden. Ich glaube, wir sind sicher. Wir sind südlich der Stützpunkt. Bereit loszulegen. Können wir mit dem Schießen anfangen, oder was? Auf drei Uhr. Feuer frei. Ach, die Regeln sind doch eh, ne? Ein paar kommen in hier, das von links. Pass auf, wo ihr hinschießt. Position halten. Bewegt euch erst auf meinen Kommando. Ich sehe keine Minderung ausmachen. Nein. Voll doof. Ich greife die Nordflanker an. Die werden Augen machen. Na los, Leute. Sprit haben wir ja noch genügend. Bewegung. Eie, wir brauchen Hilfe. Sind unter Beschuss. Ja, ich komme ja schon. Rechts. Lasst euch nicht von ihnen einkesseln. Komm nicht schon vorwärts. Na los. Schießt mit allem, was ihr habt. Hört sich nicht gut an. Weiß, wir werden überrannt. Wir sind abgeschnitten. Wiederhole, wir sind abgeschnitten. Bleibt ruhig. Haltet euch an dem Plan. Ich bin ja gleich da. Wir werden überrannt. Wo bleibt die Verstärkung? Haltet durch. Verstärkung ist unterwegs. Komm gleich. Ich habe noch ein paar Sekunden. Oh Mann, sowas hasse ich. Guerrilleros, wie sieht es bei euch aus? Geile Sache, Espada. Die haben uns nicht kommen sehen. Alles in Ordnung hier oben. So langsam glaube ich an die Filimagie. Wir haben was ausbekommen, aber alles in Ordnung. Bei uns auch. Das sollte LP Kenyo zurechtstutzen. Gute Arbeit, Guerriller. Sucht nach Gusanos, die wir übersehen haben. Sunny, wir treffen uns am Luftstützpunkt. Du und ich haben ein Date mit Jose. Geht klar. Espada, alles gut? Sie, und jetzt bewegt er einen Arsch her. Unterwegs. Komm her. Die bremse ich? Ich bin fast da. Wo ist denn unser kleiner General? Einer unserer Guerrilleros hat ihn im Kontrollton gesehen. Gut, dann gehe ich da mal hin. Und los geht's. Uh, das war jetzt aber was. Am Anruf kriegt. War vielleicht ein Elegant, aber ging. Nehmen wir den Sprit mit. Ich glaube, Schrotquär ist jetzt gerade unabdingbar. So, Thema erledigt. Ich greife den Blutblatt an. Ich brauche Unterschützung. Beteinigt mich mit eurem Ehren. Wisst ihr, da hüpft ihr nicht hoch, die blöde Kuh. Geht's da rein? Ah, da geht's auch. Sie kommen von der Seite. Lassen Sie keine Schrift weiter. Doch, doch. Ah, das ist ja, ich bin Tony. hallo ich merke schon jetzt, wie es passiert gefickt Sekunde muss kurz wechseln wenn alles vorbei ist, will ich dich zu einem ganz besonderen Ort bringen wunderschön von der Küste Yardas, meine Privatinsel du wirst dich in die fantastischen Sonnenuntergänge und die warme Meeresbrise verlieben während ich allen, die dir wichtig sind, in die durchgeschnittenen Kehlblisse fangen wir nicht jetzt die riecht den Spitzplatz eure Revolution war vorbei, bevor sie begonnen hatte ein Castillo ist zum Herrschen bestimmt wir sind die wahren Yaraner da hat er geschnickt hat hab ich auch noch Motherfucker so so, keine Chance Dachkrawatten mal, ich hab ja noch was he he eine Million, wenn du sie tötest zwei Millionen einfach Abdrücker einfach Abdrücker jaranische Zigaretten ich dachte, die kriegt man hier draußen nicht Anton liebt mich er schickt seine Truppen damit sie jeden von euch, Monteros, dafür vergewaltigen und umbringen ich sehe keinen Anton oder deine wahren Yaraner-Freunde weißt du mein Papa gab mir diese Klinge, als ich sieben war brachte mir bei sie zu werfen wie man tötet sie du siehst ihn sehr ähnlich sag mir war noch genug von ihm da für eine Beerdigung aber diese Klinge sie sagt nicht gerade Militärmacht, oder? nein nein du nahmst mein Land du nahmst mein Papa und jetzt wirst du etwas geben den wir sehen. ah es war ein Timer drin aber es war eine kleinere aber jetzt haben sie so wenig also also immer wieder kleine Kanäle also nichts brutales Ah, das ist süß. Hey, Party! Hey, Toni! Ich weiß, dass er dir nie die Finca gegeben hätte. Oder das Lager. Aber sieh nur, was du erreicht hast. Espada, dich hat das Lager gebraucht. Du bist, was Libertad braucht. Du bist es, die uns hilft, Castillo auszuschalten. Sie hat recht, Espada. Ohne Hilfe hat der Westen keine Zukunft. Und Libertad hat keine Zukunft ohne den Westen. Wir schütteln keine Hände. Wir trinken. Auf die Monteros. Auf die Zukunft. Haben wir den Teil vom Land befreit jetzt? Die Monteros werden mit Libertad zusammen kämpfen. Okay, das heißt, dann kann man ja schon einen Teil nach einem anderen fertig machen, bevor wir dann zum Main kommen. Finde ich gut. Da haben wir da schon ein bisschen eine Road, wo es hingeht. San Pablo, Church. Esperanza. Wenn du beichten willst, beichte. Wieso sind wir hier? Du hast Rosé doch nie gemocht? Wieso? Er war ein Arschloch. Wieso? Er war schwach. Mein Papa sagte immer, Gott schenkt den Löwen den Sieg. Klingt religiös. Mein Papa liebte Jesus. Er sagte immer, Jesus wäre ein guter jaranischer Präsident. Mein Anton, du darfst nie vergessen. Jesus war sowohl Löwe als auch das Lamm. Herrsche mit Stärke, aber zeige Verständnis für das Leid. Du glaubst das? Als er ermordet wurde, mussten deine Großmutter und ich uns allein durchschlagen. Sie erzählte immer, wie besessen mein Vater von diesem Spruch war. Sie hasste ihn. Wieso? Weil er völlig falsch lag. Sei der Löwe und das Lamm? Nein, sie sagte, Anton, es gibt Löwen und es gibt Lämmer. Herrsche oder werde beherrscht. Ein Castillo ist der Löwe. Denn Yara ist voller Lämmer. Du redest nie über sie. Sie war immer stark, schlau, energisch, aber eine Frau in Yara und damals hatte sie die falsche Hautfarbe. Mein Papa war ein Lamm. José war ein Lamm. Wieso wir hier sind? Du bist ein Löwe und wir fressen die verdammten Lämmer. Ah, wie schön. Kapitän. Höre dir mit ihr Präsenz? Ja, in ganz Jahren werden für Stärke von der Inhalte. Dann ist es so. der Westen schuldet ihr seine Freiheit, aber wir müssen weiter in Fahrt gewinnen oder die Revolution findet nicht statt. Oh, Maximas Matanzas und die Legenden sind da draußen und brauchen deine Hilfe. Hab verstanden. Ja. Danke, Clara. Okay. Sekunde, ich bin gleich wieder da. Und da bin ich wieder. Wir können gucken, was ich ausbauen können. Libertad. Halt die Schnauze. Oh, Jagdstüte. Was, 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 was? Was kauft ihr Jagdbroschüren? Funktion zu den besten Jagdgebieten im preisverdächten Beute zu erlegen, statt den stattdich mit Ausrunden, Waffen und permanenten Stärkungen für die Jagd. Ja, was? Ah. Laptops die an, also ist es wirklich eine schöne F&D-Basis. Kann ich beides machen? Ja, das geht. Cool. Babel und der Kasse. Wehe, ich bin jetzt weggepottet, man, aber ich hau das mal. Ja, ich bin jetzt weggepottet. Ah! Der Prato! Hatgeber, Tieranatomie. Ja, ich weiß. Mythische Tiere, das wäre cool. Kaufen. Was ist eigentlich das? Oh, cool. Stoßszene. Ah, ich muss Tiere dafür erlegen. Cool. Hm. Mungo Broschüre. So, kauf mal alles auf. Egal. Gut. Dann tun wir das andere noch kurz machen. Rimal Maske. Was? Dann würde ich noch gerne das machen, wenn es geht. Guck, Leute. Deswegen muss man luden, 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 dass man sich den geilsten Shit kaufen kann, Mann. Lara Maria. Gert Waffen. Hallo. Ah. Äh. kompao bürger details dann höhere der mensch 1.400 euro man das soll teuer raketen werfen wir uns ganz im granatelaunch akm 4 nö ich will den bogen wir sind kurz im werkbank sagt verträger es weiß eben eine buch jetzt beschissen erscheint flippe aber aus ich sag's euch bisschen geschwindigkeit genauigkeit hat besser so alter aber käme jetzt upgrade hallo werkbank materialien tauschen hatte schweinefleisch okay ich dachte das war ein poni da freut mich umbracht auch mal aber in schrieb platine klar war zum upgrade wenn er verrückt fressionsfall installieren erstmal panzer brechende dann ja bewegt sich schneller beim zielen die geschwindigkeit von ziehen und weg stecken wird erhöht der waffenstand gegen gegner unter dir wird erhöht der waffenstand begegnen mit ihrer gesundheit erhöht sich du hältst einen zusätzlichen suprema ladung mit der gegner einem kaufschluss du heilt sich beim zufüllen von schaden gelegentlich ja gelegentlich schon arsch das ist cool ins dritte das ist ja gelegentlich heilen das ist schon arsch sorry na guck mal wie viel besser da jetzt ist 39 wo ich ihn geupgradet habe naja äh warte primäre waffe 2 ach die kann man nicht machen da boah die haben schlecht die anderen sehen die haut halt voll den rotzdamage raus man übel ach ne wir haben eine neue scharfschütze quer wait a minute äh da werden wir kurz gucken arsenal tauschen mal kurz ach so das kann man jetzt nicht upgraden weil es wieder spezialbums war fisch talisman erose nee da machen wir das ran und den knochen mods erhöht den schaden der tieren zugefügt ah das ist cool seitenwaffen 410 500 schlicht langsam genauigkeit schon arsch ok das kann man nix oder ne brauchst du das militär schwächen das war die tante vom jagdgebiet da war es Pferdi das ist scharfschütze quer echt jetzt ach ne ich schrotze ich dachte gerade kann ich da reinschießen die leute umlege oh das geht ok was war mit der mission haben wir noch etwas in der nähe ja du willst das mal Luft kaufen das ist verrückt alter ne guck mal kurz auf der karte nach gibt es hier noch etwas interessantes ja gut ok oh da hinten ist ein endhaus ok fnd depot könnte man machen es gibt halt immer so coole waffen stelle weiß ne ich weiß auch wie wir da hinkommen hi wir sind eigentlich nicht kurz durchraner wenn wir dann so spezialfahrzeug wissen hoffentlich was ich meine heißt wir können ins wir können da reinschießen in die weltumlege heilige scheiße alter wo ist die aufpassen ah der ne ich will den da aber wo war das und da lang ach ne x war es ok ich war zu weit und da muss man gleich wieder landen äh was müsste er auch so oder hey wieso ich war doch gar nicht so hoch aber es war 10 cm zu viel ich hasse das das war doch nicht arg schön dich zu sehen danni ach halt die fresse was für ne scheiße ein tors wieder ist ja ganz toll echt meine güte das muss ich aus für lieber das das wollte ich auch gar nicht oh man ja schon um riesen bogumslager so hoch genug vor allem ist man herkommens tage angreifen wegbomber ganz schön witzig so ein bisschen anlaufen das sei denn ach so fahrzeug war echt geil aber ich glaub das geht das ist schnell wachbar also wisst ihr dass der sachsicht da halt wieder einpackt na so geschwindigkeit verringert mit audiolo und ich glaube boom tot hey was ist denn jetzt los ich hab noch bremst ich bin jetzt halt höher dass ich so leuchte ich glaub ich nechstel jetzt wieder fähig mir nicht aber ich bin jetzt halt höher dass ich so leuchte ich finde es doof das war das ne was macht der hat die verteidigen weichziehe springen und kann es bringen mit zu und wird erhöht ja das ist gut so kann ich sehe ich mal ernstzunehmend aus danke ah kein viergewehr guck das meine ich halt jetzt geht man doch so n scheiß hübsches krokodil mann meinst du mein kopf danke okay motherfucker oh tv lesion mann reflex sorry dabei ist was echt jetzt halt warte ich hab mein fahrzeug kann ich das auf der karte irgendwie markieren was ich da hoch will zur werkbank ja danke fürs gespräch ich weiß nicht wer sieht die schuld von mir aus ich weiß nicht wer sieht die schuld von mir aus aus auto du bleibst mal da danke hallo Was sind die denn jetzt? Wollen wir mit dem Stress tun? Du schnitt die Piet, wir schreien und trotzdem ballern die sich ab. Was ist denn da los? Ah! Hä, wo ist denn da wer? Ich sehe gar nichts, hab ich sie schon erledigt. Okay, war von mir keiner. So, jetzt müssen wir noch ins Gebiet rein. Ist der kaputt? Oh ja, wie soll ich das kriegen? So, lass mal gucken. Wir gehen jetzt. Klar, gibt es noch ein paar Sachen zum Mitnehmen. Bestimmt irgendwo. So unten in der Kiste und so. Da war noch eine Kiste und da war gerade noch so eine Urne. Das da. Das da drüben. Ich weiß nicht, das kann ich nicht in jeder Bar sein, aber ist ein bisschen komisch. Ich würde aber gern fahren. Da kann man da wechseln. Das mitnehmen. Jetzt aber vielleicht langweilig. Guck mal. Ich wollte schon sagen, dass ich ja mal Murmeltier. Äh, Murmeltier, genau. Du wirst halt da noch. Ach, du kannst so viel uploaden. Unnormal. Äh. Äh. Eliminiere Anton Castillo, während er seine Ansprache hält. Lässt ja dem Leben dieses Monsters an Ende. Dann trifft ein Tiger beim Lager der Legend von 67. Und wenn ich M drücke, dann hüpf doch einfach. Warte. Nimm mal, du Affe. Ja gut, okay. Müssen wir da runterfahren. Das ist die Main Quest. Ne? Da will ich eigentlich noch nichts machen. Wer ist versammeln? Gut. Ach so. Sehr gerne. Werden dann süße mit dabei sein. Bis zum nächsten Mal bei Far Cry Sex. Tschüss. Harовор. Tem quan赤uter ligne. NICHOL Alex. ните訪apherunners. Inglês. cooling. Besidee. 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 Aussage. Besidee es.